Ich hätte es wissen sollen. Was auch immer passiert, heute endet es! Wenn ich mir überlege, wie oft ich die fast akkumatisiert hätte! Ja, aber nur fast! Wegen deines unverschämten Glücks! Apropos, Glücksbringer! Glück ist etwas, das man hat. Glücksbringer! Und ein Sieg ist etwas, für das man kämpft! Ich muss Kagami und Adriana finden! Wir müssen ihm den Ring abnehmen! Nein! Milan, lass mich nicht allein! Hab keine Angst, ich bin hier bei dir, Teddybär! Wo sind Ladybug und Catmour? Wo sind Ladybug und Catmour? Lasst Kagami und Apea frei! Niemals kommt ohne Reservierung rein! Nicht auf der Karte! Nicht auf der Karte! Es war nur ein Albtraum, Faye. Es war nicht echt. Natürlich verdienst du das, Prodigis. Ich verdiene das, Prodigis. Ich verdiene das, Prodigis. Nein, nein! Ich will nicht, dass aus meinem Restaurant ein Fast-Food-Ladin wird! Uncle Wong! Ich will nicht auf der Karte! Ich will nicht auf der Karte! Ich will nicht auf der Karte! Nicht überwältigen! Hey, Ladybug braucht Hilfe. Ihr müsst mit eurem Mirac-Kun-Fu nach Paris. Ich dachte, du darfst dich in die Gegenwart nicht einmischen. Ich nicht, aber ihr dürft das schon. Sabotage! Meine magischen Hot Dogs! Ladybug, Cat Noir, wofür steckt ihr euch? Immer hier seid wir! Ladybug, wo bist du? Wieso sind die von diesen französischen Kids so besessen? Ladybug, Cat Noir! Selbst mit meinen gesammelten Kräften schaffe ich es nicht, alle Probleme auf der Welt zu lösen. Ich kenne niemanden, der so viel bewältigen kann wie du. Danke, mein Schatz. Mach weiter! Es muss einen Grund geben, wieso all das passiert. Und wenn wir ihn rausfinden, haben wir gewonnen. Ich hab die Schuhe analysiert. Sie sind mit Miraculous-Kräften ausgestattet. In Paris muss was vorgefallen sein. Aber jetzt wacht. We'll be right back.